Begleitet uns heute zum Frozen Musical. Hallo mein Lieben, schön, dass ich wieder eingeschaltet habe zu einem weiteren Blog hier aus London. Und gezwungenermaßen mussten wir länger hierbleiben, weil unser Frühkostet hier wurde. Und wie kann man den Abend besser nutzen als mit einem Frozen Musical. Ich glaube ich sehr, wir haben spontan Tickets gerufen und jetzt geht es rein. Wir haben relativ gute Plätze, haben 100 Pfund gekostet pro Person circa. Und hoffe ich sehr. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020